Wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte und ich habe mich frailerisch, wie ein Teenager verheuchten und peinlich übersteigert, auch agiert. Und wenn es, was du gibst oder sagen willst, gibt es nicht Spender für die Wahlkampf? Ja, es gibt ein paar Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen Euro. Es war ein typisch alkoholbedientes Macho gehabt zu mir, aber auch zu Ihnen. Ja, es war dumm, es war unverantwortlich und es war ein Fehler. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Die Neuwahlen waren kein Wunsch, sie waren eine Notwendigkeit. Wichtig ist jetzt und das ist das oberste Gebot, volle Aufklärung sicherzustellen. Heute ist hares Letzter Tag! Yeah!